Und willkommen zurück, Freunde, bei Mittelerde Mordor-Schatten. Ja, wir machen uns weiter auf die Suche nach den ganzen schönen Artefakten. Und wollen uns doch hier mal düschnitzeln. So, auf geht's. Natürlich wurde Alarm geschlagen. Hallo, da ist eine Treppe. Hoch mit dir. Was war das? Ja, was war das? Um Gottes Willen. Ran hier. Du gehörst uns. Und du gibst keinen Mucks von dir. Sonst bist du... Du bist so ein Sohops. So, wie sieht's hier aus? Du gehörst auch mir? Jawolle. Sehr gut. Oh, die Leertaste? Das war gemein. In der Tat. Jetzt könnt ihr euch hier schnitzeln. Haha. So, wir müssen mal gucken. Wo ist es? Ah, ich kann mir denken, wo ist es. Hallo, mein Freund. Darf ich mal eben hier durchschlitzeln? Was willst du denn? So, ran da. Schlitz, Schlitz. Sehr gut. Et voilà. Haha. Und dass man nicht gut war. Oh, das ist da unten? Wie soll ich denn da hinkommen? Hm. Ich seh schon. Da lang, ne? Jawolle. So. Wir wollen nur eingemeldet. Weg sind wir. Ihr wisst ja, wie es ist. So langsam aber sicher haben wir einen Dreh raus hier. Bei dem guten Spiel hier. Und, äh, nehmen natürlich alles mit. So. Weiter geht's. Komm hoch mit dir, Talion. Mal ganz nach oben. So, da hinten haben wir nämlich noch einen Anführer, soweit ich das sehe. Guck mal, was wir da gucken. Haha. Ja, 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 ja. Federleicht. Einfach mal hindurch. So, haben wir denn... Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir irgendjemanden Besonderen dabei? Haben wir nicht. Bis auf der da unten, ne? Wer, wer, wer ist denn da unten? Zeig dich. Sohn. Der Flüsterer. Natürlich wieder ein Hauptmann. Den werden wir uns natürlich krallen. Und diesmal werden wir versuchen, ihn nicht einfach abzumurksen. So. Komm mal hoch mit dir. Da müssen wir mal schauen. Wenn wir nämlich jetzt hier... Na, das klappt nicht, ne? Ja. Darf ich mir. So, überhaupt willst du mich, Dämon? Hm. So, so. Dann schick den mal los. Oh, nee. Das ist schlecht. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich gut. Egal. Okay. Schnitzeln wir uns durch. Jawohl. Nummer eins. Das Problem ist, wir können hier nicht unseren Sprung ansetzen. Ach. Komm her. Nummer zwei. Weiter geschlitzt. Sehr gut. Komm ran. Aber hat ja auch aushalten. Oh. Verdammt. Da wurden wir wieder getroffen. Komm schon. Sehr gut. Schlitz. Direkt weg hier. Komm ran hier. Oh. Doch, das kann ich. Wie ich das kann. Ja. Euch werden wir alle fettig machen. Und zwar sowas von. Boah. Oh. Ist da etwa jemand sauer? Oh. Richtig zur Sache geht's ja. So, jetzt auch direkt mal Geschichte, ne? So. Ja. Komm ran. Hau ab, du. Ja. Ja. Komm schon. Könnte. Wahnsinn. Ich kämpfe doch. Ich weiß ja nicht, was ihr so treibt. Ach, verdammt. Warum hat denn die F-Taste jetzt nicht funktioniert? Oh, 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 oh. Hahaha. Okay, Freunde. Ihr seht, äh, was Sache ist. Deswegen werden wir uns mal hier ein bisschen aus dem Staub machen. Haben wir hier irgendwie ein Kraut? Ja, da oben haben wir irgendwie eins, ne? Lass mich deine Wunden ansehen, Waldläufer. Mhm. Ich bin sicher, ich kann sie noch etwas mehr bluten lassen. Oh, nee. Ehrlich gesagt nicht. Keine Lust. Tut mir leid. Ich werde mich erstmal hier vom Acker machen. Warum hat denn das Kraut? Ich weiß es leider nicht. Das muss hier irgendwo hier unten sein, ne? Oder? Da unten ist es. Ich sehe es. Komm, lass dich ganz fallen. Jawohl. Denn mit voller Lebensenergie können wir auch ohne Probleme weiterkämpfen. Und ich meine, das zählt nicht als Niederlage. Und das, was wir viel öfter machen sollten, ist, ähm, die Kampfaufzerrung, Freunde. Glaubst du das? Das Problem ist das hier... Mhm. Da bin ich mir genauso sicher wie du, mein Freund. Oh, das war falsch. Nein, das war der Falsche. Na, komm, lass mich mal hier hoch. Boah. Das ist uncool. So, Nummer 1. Wir haben doch die Möglichkeit, uns eine Armee zu bauen, ne? Da machen wir das so einfach mal hier, oder? Und jetzt müssen wir mal darauf achten. Genau das nämlich. Dass wir hier uns mal so ein paar kleine... Oh, aua. Oh mein Gott. Dass wir hier uns so eine kleine Armee mal aufbauen. So. Jawohl. Komm her. So. Sehr gut. Jetzt geht es nämlich erstmal richtig zur Sache hier. Uhuhu. So. Oh. Warum durfte ich nicht blocken? Ah, verdammt. Oh, Freunde. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier gar nichts. Hör auf, dich zu bewegen. Ich glaube, das ist jetzt bewegt. Der hat sich gar nichts bewegt. So. Jetzt erfährst du, was echt der Herr ist. Ui, ui, ui. Schattenfluch Erfolg. Auftrag abgeschlossen. Immerhin haben wir den ersten Auftrag schon mal erledigt, weil da so ein Elite-Typ dabei gewesen ist. Aber... Die Schlacht geht selbstverständlich weiter. Meine Uhrungsreden dich in Stücke reißen. Ach, shit. Ja. Ich weiß, woran unser Fehler ist. Ich weiß, wo unser Fehler ist. Oh. Oh, Freunde. Nee. Ohne mich. Nein. Bleibe ich bestimmt nicht. Ähm. Talion. Uhuhu. Komm mal ran hier. Ich brauch dich mehr heben. Als Ablenkung. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Boah. Sehr gut. Uhuhu. So, Freunde. Jetzt müssen wir uns aber aus dem Staub machen. Oh, jetzt sehe ich schon. Dich brauche ich. Meine Augen sind die deine. In der Tat. Komm. Ran. Du gehörst auch mir. Komm. Ran. So, nochmal zwei. Boah. Hat er uns doch erwischt. Gibt's ja nicht. Komm schon. Du gehörst auch mir. So, jetzt erst mal zu dir hier. Ich glaub, wir haben hier so ein kleines Rendezvous, ne? Und wie wir das haben. Komm her. Ich werd dich einfach fertig machen. Jawohl. Oh, das funktioniert nicht. Nein. Bleib doch hier. Oh, oh. Jetzt geht's schon wieder los, ne? Jetzt geht's schon wieder los. Oh, der ist hinüber. Na, klasse. Okay. Egal. La, 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 la. Und wie, ne? Boah, Wahnsinn, wie viele das hier aus sind, ne? Es ist so krank. Verdammt nochmal. Boah. Und jetzt gleich kommen die noch alle hier hoch. Hör mir auf. So. Um einen schnellen Wurf auszuführen. Ehrlich gesagt hab ich darauf gar keinen Bock. Jetzt muss ich mich grad mal ein bisschen konzentrieren, weil sonst geht das hier richtig in die Hose. Ach, shit. Okay. Haben wir Donner geschafft. Aber, boah. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Komm. Wir müssen mal ganz schnell weg hier. Wir brauchen nämlich Leben. Sonst funktioniert das nicht. Die Rune können wir uns auch mal ein anderes Mal organisieren. Jetzt müssen wir uns erstmal aus dem Staub machen. Haben wir leider schlecht gekämpft und ich weiß auch warum. Denn ich hab natürlich total vergessen. Und das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass die Berserker unsere Angriffe kontern. Jetzt weiß ich das natürlich. Jetzt können wir auch ein bisschen anders kämpfen. Aber, ja, ne? Ihr wisst ja, wie das so ist manchmal am Eifer des Gefechts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Zuhn der Flüsterer. Besiege Zuhn. Ich weiß nicht, was da Zuhn ist. Ich glaub, das ist einer der Häuptlinge. Wir haben auch so einiges an Missionen hier. Aber erstmal will ich mir uns das Artefakt organisieren. Und den Zuhn, den haben wir natürlich auch schon mal getroffen. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht. So, komm mal hoch hier. No, no. Achso, da war er. Wo ist das denn? Ach, da unten ist das wieder, ne? Oh, Mann. Es ist wieder da unten. So, komm mal. Ja, nee, lass dich ganz fallen. Jawohl. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier haben wir noch ein paar Elbenpfeile. Die brauchen wir aber, glaub ich, gar nicht, ne? Ne. So, dann kommen wir her. Ja, so eine scharfe Klinge. Jo, so eine scharfe Klinge. Lass mal aufsammeln. Na, gute Dinge. Der Schlüssel für eine Schatulle. Ist klar. Die Orks verkomplizieren die Lage nur noch. Das könnte meine letzte Fahrt für eine sehr lange Zeit sein. Meine Frau und ich, wir müssen woanders hin. Die Kiste, öffne sie. Jetzt. W-Warum? Es sind schwere Zeiten. Und wir müssen wissen, ob du uns bezahlen kannst. Im Voraus. Tja. Es ist wohl kaum genug für euch beide. Wir haben immer... Das ist alles, was wir haben. Bitte, meine Frau. Hättet ihr bloß mehr gespart. Also, es ist nur Platz für einen. Ihr entscheidet. Dann die Frau ist ja Logo, ne? Frauen und Kinder zuerst. So schlimm es auch klingt, aber... Ich meine, ich glaube, so aus reibem Herzen würde ich es auch tun. Klar, wenn ich eine Frau hätte. Ja. Dat ist wahre Liebe. Meine Güte. So. Jetzt müssen wir... Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Oh ja. Und das ist gut. So, jetzt haben wir natürlich noch... Natürlich noch eine Aufgabe. Die soll hier irgendwo oben sein. Mal gucken, ob wir da ohne Probleme rankommen. Dann müssen wir einmal rüber, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ihr seht uns nicht, ne? Nein. Sie laufen Würmherr. Wenn wir jetzt da unten entlanglaufen, werden wir mal wieder gesehen. Okay. Ich... Ich sehe was. Grabwandler, Abschaum, Ausschaum. Ja, ja. Grabwandler, Abschaum. Ihr seid mir auch so. Abschäumchen, du. Du kannst aber einen drauf lassen. So, mal gucken, was wir hier Schönes haben. Wieder eine Nebenaufgabe. Ihr könnt nicht vorbei. Oh, wie schön, ne? Ähm, er schwor... Ähm, er schwor... verloren. So, dass kein Uruk die Brücke überquert. Komm her. Komm her. Sehr schön. Schlitz. So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hier rüber. Sehr gut. Ich glaube, wenn wir den packen und... Und eine... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, nein. Ein Fackelträger hat den Innenhof erreicht. Okay, tötet die Fackelträger, bevor sie die Brücke überqueren. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal auf die Sache. Ich meine, das ist Grog, ne? Oder ist das ein Sprengfass? Ich weiß nicht. Alles klar. Kommt beides aufs Selby hinaus. Na, Fackelträgerchen? Der Erste ist durchgekommen. Ist schon eine Blamage. So, und kommt mal ran hier. Freunde. Nö, nö. Ich will ja auch gar nicht weglaufen. Eigentlich fehlt noch so ein Kampfschrei. Sowas wie... Elendil! Elendil! Schlitz! Und da kommt der nächste Fackelträger. Erinnert mich so ein bisschen an Helmsklamm. Oh, hammerhart! Du kommst nicht vorbei! Alle auf einmal! Oh, 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 oh! Na, 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 na! Ah! Wegen Helmsklamm aus dem Film mit der Folge mit dem guten Legolas, ne? Bring ihn zu Fall. Kommt ran! Schlitz! Schlitz! Was, was? Ne, 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 ne. Ich will das Auftragsgebiet nicht verlassen. Auf keinen Fall. Sehr schön. Und wo willst du wieder hin? Na, komm. Ran! Oh, das war jetzt natürlich gerade knapp. Na. Oh, ich weiß nicht. Information saugen. Hier gehörst du mir. Warum benutzen wir es nicht, ne? Wenn wir schon so viele haben, ja. Ah. Da kommt der nächste. Oh. Das find ich gut. Ich will nicht das Kampfgebiet verlassen. Äh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, ja. Kommt mal ran hier. Kommt mal ran. Oh, ich hab da ne Idee. Schwupps. Da hinten müsste man nicht auch so eins sein. Wir sind grad so nah. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber naja. Ich mein, läuft ja über Zeit. Ah, kommt der jetzt wieder? Oder wie? Kalt. Was? Hör mal. Von hinten anschleichen. Geht's noch? Und dich nehmen wir natürlich auch mit. So. Ja, irgendwie wird das nix, ne? Ich kann da auch nicht einfach so hin, weil ich will das Gebiet auf jeden Fall nicht verlassen. Ja, ja. Oh, jetzt haben sie ihn zu Fall gebracht. Ne? Gut. Einen haben wir schon. So, nur ein paar Sekunden. Wir, wir failen. Oh, Backe. Genau deswegen. Boah, aus nächster Nähe. Wie bitter. Ja. Sehr gut. Warum wird die Anzeige denn rot? Ah, ich weiß, warum wir so viel Schaden bekommen. Okay. Ihr könnt nicht vorbei. Erfolg. Sehr gut. Oh. Wir müssen uns wirklich um die Fernkämpfer kümmern. Sonst, ähm, ist das alles andere als schön hier. Ne? Also, ich mein, dass wir Geschosse nicht blocken können und immer so, ist, ist halt so ne Sache für sich. Aber was soll's. So. Da hinten haben wir noch ne Rune vergessen. Da werden wir mal eben hingehen. Ich mein, wenn es schon dunkel geworden ist und es regnet. Einmal nach oben. Aber es sieht schon stark aus. Also, es sieht schon wirklich stark aus. Da hat er sich erschrocken. Wie geil. Oh. Hör mal. Schlitz. So. Genau. Mach das. Wo ist die Rune? Komm mal runter hier. Oh, Talion. Lass dich fallen. Geh her. So. Mhm. Zehn Gesundheit zu regenerieren. Ist an für sich, äh, jetzt nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Wer ist denn besser? Du bist gut. Du bist ein Berserker. Ja. So. Sei mein Schwer. Ich bitte drum. So, und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, ne? Weil da ist die Dolch, äh, Quest. Für unseren guten Dolch. So, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, was wir machen müssen. Schnitzel, Schnitzel. Äh, jetzt dürfen wir erstmal wieder... Okay. Die Dunkelheit im Inneren. Unter den Dienern des dunklen Herrschers verbreitete sich Argwohn und Furcht. Es bedurfte stets raffinierter Methoden, um Verrat zu säen und seine Feinde zu vernichten. Forme die Legende des Deutsches Acharn. 500 Mirian. Meine Güte. Er geht da richtig zur Sache ja langsam. Mal gucken, was wir machen müssen. Erreiche die Wache ohne des Henkers. Okay. Töte niemanden, bis der Überfall beginnt. Aha. Da bin ich aber gespannt. Was hat er denn? Autsch. Das ist aber nicht nett. Jo, dann, äh, warum kannst du denn hier nicht, äh, rüberspringen? Ich wollte gerade sagen. Steuerung, lass mich nicht im Stich. Ähm, sag mal, Talion, deine Steuerung ist echt manchmal blöd, ne? Wir dürfen sie nicht töten. Das heißt nicht, dass wir sie nicht übernehmen dürfen, oder? Bis der Überfall beginnt. So. Ihr gehört schon mal uns? Jetzt müssen wir da irgendwie rüber, ne? Das machen wir dann auch, Freunde. Aber ich würde sagen, es geht dann erst beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Hab gehört, das sind...